Ja, und jetzt, liebe YouTube-Freunde, warte ich da auf den Zuckerrübenroder. Der sollte um sieben hier sein. Da haben wir da fünf vor sieben. Aber es könnte auch länger dauern, man weiss ja nie. Ja, ich muss schon sagen, ich bin fast lieber hier auf dem Feld umgeben von 300.000 Zuckerrüben. Der Fall von 100.000 Leuten auf einer Expo in Mailand. Das war verrückt. So viele Leute, so viele Leute habe ich noch, ich denke, ich habe die noch nie gesehen, so auf einem Haufen. Ich warte da bei der Grastrocknungsanlage Ersigen. Mein Zuckerrübenfeld ist gerade hinter dieser Anlage und möchte da oder werde da den Roder reinweisen, wenn der kommt. Ja, es ist auch so schön ruhig. Ich höre den Bach unter mir. Ich stehe auf der Brücke, der Dorfbach von Ersigen. Gegenüber die letzten drei Tage. Für mich einfach wahnsinnig. Ja, oben im Dorf sehe ich jetzt einen Zuckerrübener oder. Dann wird es dann wieder auch, wird es auch wieder laut bei mir. Ja, wir müssen da schauen, wir müssen nicht recht wo beginnen. Wo ist es am besten mit dem Rübenhaufen? Ja.